Ich zähle 81 Jahre und habe beinahe eine Milliarde Bürger. Ich bin seit 62 Jahren im Amt und somit die dienstälteste Monarchin in der Geschichte. Sind wir fertig? Mr. Karim, Sie reisen nach England. Ihr bedient die Königin, aber seht Ihre Majestät auf keinen Fall an. Eine erneute Hungersnot in Indien und die Unruhen in Irland nehmen zu. Premierminister, Sie sind wirklich zutiefst deprimierend. Ja. Pudding, Euer Majestät. Ich fühle mich schon viel besser. Wie gefallen euch eure neuen schottischen Gewänder? Sie sind sehr kratzig. Alles in Schottland ist kratzig. Worüber in aller Welt sprechen Sie? Was ist eine Mango? Die Königin der Früchte. Ich hätte gerne eine Mango. Sie wachsen nur in Indien. Ich bin Kaiserin von Indien, also lassen Sie eine schicken. Ich dachte, es hieß, er sie stirbt. Keiner weiß, wie es ist, Königin zu sein. Bertie! Mutter! Spionierst du mir etwa nach? Ich fühle mich so einsam. Warum geht es ab, Tor? Um das Dienen, Euer Majestät. Ich wünsche, dass Mr. Abdul mich unterrichtet. Aber er ist ein Inder, Euer Majestät. Und ich bin die Königin von England. Ich erhalte jede Unterstützung, die ich verlange. Du zerstörst die Ordnung. Von allem. Mutter, du stürzt die Monarchie in eine Krise. Premierminister. Euer Majestät. Du lässt diesen indischen Bauern fallen? Oder wir erklären dich für verrückt. Ich bin streitzüchtig, gierig, übellaunig. Ich bin auf unliebsame Weise der Macht zugetan. Aber wenn ich etwas nicht bin, dann verrückt. Was fällt Ihnen ein, auf Abdul herabzusehen? Ich bin Königin von England. Ich bin Kaiserin von Indien. Was aber am meisten zählt. Ich bin Dienerin von einer Milliarde Bürgern. Abduls Aufstieg war sein eigenes Verdienst. Auch er war ein Diener. Jetzt ist er mein Freund. So glücklich war ich seit Jahren nicht mehr. Ein Geschenk des Kaiserreichs Indien. Was ist das? Eine Mango. Sie ist hinüber. Sir Henry, diese Mango ist hinüber.